Leute, ich habe richtig positive Neuigkeiten für das Ende von, Mensch, Mikro zu weit weg, von Season 19, wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann. Und ich bin überzeugt, dass genau das passieren wird, denn Respawn hat gezeigt, dass es in Season 19 genauso schon mal gesagt haben. Denn das Event, wollte ich sagen, die Season endet mit dem besten, wohl bis jetzt releaseten Event seit des Apex Legends, seit dem 4. Februar 2019 gibt. Und ich denke, die Community selber hat das zum geilsten Event gekürt und ich rede natürlich nicht von meinem überschwindlich gehypten Final Fantasy Event. Und ich habe das in den letzten Tagen oder in den letzten Videos sehr, sehr gehypt in den Videos, weil ich eine gewisse emotionale Bindung zum Spiel habe. Aber auch ich habe mittlerweile festgestellt, okay, es ist tatsächlich einfach nicht, für mich persönlich auch nicht mehr das geilste Event, weil ich verstehe, viele von euch haben gesagt, Mensch, ich kann dieses nervige Schwert nicht mehr sehen. Es ist tatsächlich too much. Das Event ist mega geil mit den Materials und den einzelnen Perks für die Waffen. Macht Ultra Bock, sowas in der Art, könnte ich mir als Extra-Modus vielleicht vorstellen. Aber seien wir ehrlich, ja, das Schwert nervt, das ist zu oft gesehen, zu oft spawnt, das ist zu stark und so weiter und so fort. Müssen wir, denke ich, nicht weiter drüber reden. Leute, das Post Malone Three Strikes Event wird das Final Fantasy Event am 30. Januar ablösen. Und dieses Event wird bis zum Ende von Season 19 am Start bleiben. Wenn man den Gerüchten, wie gesagt, Glauben schenken kann, ich glaube aber fest, dass es passieren wird. Denn Respawn hat es dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr schon mal gebracht, kurz nach Release von Season 19, war es nicht direkt. Ich glaube, das Post Malone Event war direkt zum Release von Season 19 am Start. Und es war tatsächlich, ich glaube, von der Community sehr hoch gefeiert und das geilste Event seit Release von Apex Legends. Ich wiederhole mich, ich weiß. Und der Punkt ist, das Event war vorbei. Die Spielerzahlen gingen wieder ein bisschen zurück. Und die Spielerzahlen waren bei dem Event echt hoch, weil viele gemerkt haben, ey, das Event ist echt geil. Und Leute, alle, die das Event nicht gezockt haben, weil sie gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, gebt diesem Modus eine Chance. Er war einfach absolut der Wahnsinn. Und am 30. kommt er für zwei Wochen zurück. Das heißt, kurz nach Ende des Events, nach Release von Season 19, hat es anderthalb Tage gedauert. Und das Event war zurück für eine ganze Woche. Das heißt für mich, EA, Respawn haben vielleicht wirklich endlich mal zugehört. Und das ist eine positive Information oder ein positiver Schritt Richtung Community. Natürlich, die Konkurrenz ist nach wie vor sehr, sehr groß in anderen ähnlichen Battle Royale oder allgemeinen Shooter-Spielen. Deswegen war es nur positiv. Und ich gehe davon aus, wenn sie das zum Ende dieser Season tatsächlich wieder machen, hören sie ja vielleicht doch endlich mal hin. Und es wird für den Start von Season 20 wahrscheinlich nochmal eine ordentliche Spielerbase, die wegen dem Event vielleicht wieder zurückkommen, mit den Schwung in Season 20 nehmen. Was eine positive Sache ist, eine neue Map wird geben und so weiter und so fort. Und vielleicht geht das in Zukunft ja endlich so weiter mit besserer Kommunikation, mehr Events oder die Events, wenn sie gut reinhauen, dass sie zurückkommen. Weil ich finde es geil, ein Event geht vielleicht eine Woche oder zwei Wochen. Und wenn die Community sagt, ist doch nicht so geil, dann wird es nicht verlängert. Und bei dem Three-Strikes-Event war es so. Und vielleicht passiert das ja jetzt öfter, weil... Und das muss aber auch passieren. Ich hoffe natürlich, dass Respawn sich nicht immer an ein und demselben gehypten Event versucht wieder hochzuziehen. Es gibt eine Menge alte Events. Es muss nicht mal ein neues sein, wo sie zurückgreifen können. Und nicht unbedingt auch nur das Armed and Dangerous Event, weil das hatten wir glaube ich auch schon fünf, sechs Mal. Es gibt eine Menge, ich erinnere nur an, welche Season war es. Wer da draußen weiß, ist besser. Season 3, 4, 5, irgendwo so. Das Grand Soiree Event und das hatte sieben verschiedene Modi in zwei Wochen, alle zwei Tage neuer Modus. Und das war einfach erste Sahne. Da war eine Menge geile Modi dabei. Und dann hat Respawn eigentlich eine Menge im Petto, wonach sie greifen können, was sie nehmen können. Da muss nichts neu programmiert werden. Im Endeffekt geht es inhaltlich nicht darum, aber es ist einfach für mich positiv zu wissen, dass Season 19 mit einem geilen Event zu Ende geht. Und den Hype hoffentlich mitnimmt und einfach wieder ein bisschen mehr Spielerbase sammeln kann, die vielleicht lange weg waren und wegen dem Event zurückkommen und so weiter und so fort. Und bevor ich jetzt zu viel weiter quatsche, hoffe ich natürlich, dass ich euch mit diesen positiven Informationen ein bisschen Freude bereiten konnte. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und wie immer einen Daumen hoch, ein Abo da lassen und einen Kommentar. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.